Die Thronen in Ghost Recon Breakpoint sind ganz schön nervig. Da fragt man sich doch, wie lassen sich diese Teile eigentlich deaktivieren? Das ist ganz einfach und zwar gehst du in die Optionen im Spiel, dort in die Weltparameter. Dort kannst du die Thronenpräsenz minimalisieren quasi. Die Thronen sind dann zwar nicht ganz weg, aber ihre Präsenz ist deutlich, deutlich verringert. Die Asrael-Patrouillen, diese fliegenden Thronen, die dann Wulf-Patrouillen schicken, lassen sich jedoch komplett deaktivieren. Wählst du hier einmal aus, übrigens auch das gleiche für die Helikopter-Patrouillen, drückst auf Änderungen übernehmen, da wird der Spielstand neu geladen. Und danach hast du nur noch eine minimale Thronenpräsenz, die im Grunde kaum noch negativ auffällt. Äh, auffällt, Entschuldigung. Ganz deaktiviert sind sie, wie gesagt, nicht, aber sie nerven deutlich, deutlich weniger. Und die Asrael-Patrouillen sind damit Geschichte. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß in Ghost Recon Breakpoint ohne bzw. mit minimal nervigen Thronen. Und ja, bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Wir sehen uns.